Nachdenkseiten Die kritische Website Land of the Free Drei Afroamerikanern drohen über zehn Jahre Haft wegen Verbreitung prorussischer Propaganda. Ein Artikel von Florian Warweg. Ein US-Bundesgericht hat drei Einwohner von St. Louis angeklagt, über die African People Socialist Party, kurz APSP, Afrikanische Sozialistische Volkspartei, illegal prorussische Propaganda und Fehlinformationen über die Ukraine verbreitet und Zwietracht in Missouri, Georgia und Florida gesät zu haben. Die vorgebrachten in Anführungszeichen Beweise fallen aber eher unter die Rubrik Farce. Unter anderem werden zwei Videokonferenzen der Partei zum Thema Ukraine-Krieg mit einem zugeschalteten russischen Staatsbürger sowie Artikel auf der Partei-Website angeführt. Aus solchen Banalitäten macht das FBI ungeheuerliche und eklatante Verstöße, um die amerikanische Demokratie zu destabilisieren und ihr Vertrauen zu untergraben. In der im Schrifttext verlinkten Anklageschrift wird behauptet, dass der Vorsitzende der African People Socialist Party, der 61-jährige Omali Yeshitela und zwei weitere Mitglieder, Penny Joanne Hess und Jesse Neville, als illegale Agenten der russischen Regierung gehandelt hätten. Allein für diesen Vorwurf drohen ihn jeweils bis zu zehn Jahren Gefängnis. Außerdem drohen ihn zusätzliche fünf Jahre für den Vorwurf der Verschwörung. Wie wird der Vorwurf belegt? In der Anklageschrift wird zunächst dem russischen Staatsbürger Alexander Viktorovich Yonov vorgeworfen, die Antiglobalisierungsbewegung Russlands gegründet zu haben, eine in Moskau ansässige Organisation, die, so die Anklage, von der russischen Regierung geleitet wird, um pro-russische Propaganda zu verbreiten und politische Gruppen im ganzen Land zu beeinflussen. Darunter auch die African People Socialist Party. Yonov würde zu diesem Zweck mit mehreren Agenten des russischen Auslandsgeheimdienstes FSB zusammenarbeiten. Weiter heißt es in dem Dokument, dass besagter Yonov in mindestens zwei von der Partei, in der Anklageschrift als US Political Group One benannt, veranstalteten Videokonferenzen auftrat. Bei den aufgeführten Videokonferenzen handelt es sich um eine Veranstaltung am 13. März 2022 unter dem Titel Leben mit Russland, sowie eine weitere Veranstaltung am 20. März 2022 mit dem Titel Die kolonialen Lügen über Russland widerlegen. In beiden Fällen war besagter Yonov mutmaßlich aus Russland mit einem Übersetzer zugeschaltet und sprach unter anderem über die kriegerischen Auseinandersetzungen im Donbass ab 2014, das Odessa-Massaker und den Versuch, der direkt nach dem Maidan-Putsch an die Macht gekommenen Regierung, russisch als Amtssprache zu verbieten. In der Anklageschrift liest sich das dann so. On or about March 13, 2022, UIC4 gave a video presentation on behalf of US Political Group One, in which she stated that US Political Group One and UIC1, along with the leaders of Venezuela, China, Cuba and Nicaragua, had spoken out in opposition to the US-imperialist-created crisis in Ukraine and in solidarity with the people of Russia and their elected government and leadership. On or about March 13, 2022, Defendant Yonov spoke by video, with the assistance of a translator, at a video conference hosted by US Political Group One concerning the Russian invasion of Ukraine, falsely stating that Nazis were in power in Ukraine and were killing innocent people, and that Russia had invaded Ukraine only to stop the killing of Russians by Ukrainian army. On or about March 20, 2022, Defendant Yonov spoke, with the assistance of a translator, at the video conference hosted by the US Political Group One concerning the Russian invasion of Ukraine, Yonov falsely stated that anybody who supported Ukraine was also supporting Nazium and white supremacy. Eine eigene Übersetzung Am oder um den 13. März 2022 hielt UIC4 im Namen der US Political Group One eine Videopräsentation, in der sie erklärte, dass die US Political Group One und UIC1 zusammen mit den Führern Venezuelas, Chinas, Kubas und Nicaraguas sich gegen die vom US-Imperialismus verursachte Krise in der Ukraine und in Solidarität mit dem russischen Volk und seiner gewählten Regierung und Führung ausgesprochen hätten. Am oder um den 13. März 2022 sprach der Angeklagte Yonov mit Hilfe eines Übersetzers auf einer von der US Political Group One veranstalteten Videokonferenz über die russische Invasion in der Ukraine, wobei er fälschlicherweise behauptete, dass Nazis in der Ukraine an der Macht seien und unschuldige Menschen töteten und dass Russland nur in die Ukraine einmarschiert sei, um die Tötung von Russen durch die ukrainische Armee zu verhindern. Am oder um den 20. März 2022 sprach der Angeklagte Yonov mit Hilfe eines Übersetzers auf einer Videokonferenz, die von US Political Group One veranstaltet wurde und die russische Invasion in die Ukraine zum Thema hatte. Yonov erklärte fälschlicherweise, dass jeder, der die Ukraine unterstütze, auch den Nationalsozialismus und die weiße Vorherrschaft unterstütze. Zitat Ende. Die fraglichen Videokonferenzen der African People's Socialist Party sind immer noch online verfügbar. Der geneigte Leser kann sich also selbst ein Urteil bilden, auf welch höchst fragwürdigen Grundlagen hier US-Bürgern langjährige Haftstrafen wegen angeblicher Verschwörung und Destabilisierung der amerikanischen Demokratie drohen. Im Schrifttext sind die entsprechenden Verlinkungen zu den YouTube-Videos zu finden. Als weiterer Beleg für diese sogenannte Verschwörung wird die Veröffentlichung eines Artikels auf der offiziellen Website der Partei im August 2016 mit der Überschrift Imperialists ban Russia from 2016 Olympic Games. APS-P says, let Russia play. Imperialisten verbannen Russland von den Olympischen Spielen 2016. APS-P sagt, lasst Russland spielen. Bewertet. FBI-Sprecher David Walker erklärte zum Kontext der Anklage, Die Fakten und Umstände dieser Anklage gehören zu den ungeheuerlichsten und eklatantesten Verstößen, um die amerikanische Demokratie zu destabilisieren und ihr Vertrauen zu untergraben. Zitat Ende. David Walker. Der Vorsitzende der afrikanischen Sozialistischen Volkspartei, Yeshi Teller, erklärte gegenüber Medienvertretern, dass er sich auf Anraten seines Anwalts nicht zu der Anklage äußern werde, betonte aber zugleich, Ich freue mich jedoch auf meinen Tag vor Gericht. Die jetzige Anklageschrift kommt mehrere Monate nach einer FBI-Razzia in der Parteizentrale Uhuro Center im Süden von St. Louis, sowie im Wohnhaus des damaligen 80-jährigen Parteivorsitzenden der Sozialistischen Kleinpartei, wegen deren angeblichen Kontakten und Instrumentalisierung durch die russische Föderation. In einer Pressekonferenz anlässlich der FBI-Razzia, welche unter anderem die regionale Tageszeitung St. Louis Post-Dispatch aufgegriffen hatte, erklärte Yeshi Teller damals, die US-Regierung versucht, uns, die African People's Socialist Party und die Uhuro-Bewegung, als Schachfiguren in diesem Kampf zu benutzen, indem sie versucht, mit dem eindeutigen politischen und wirtschaftlichen Wandel umzugehen, der sich in der Machtkonstellation in der Welt vollzieht. Und sie sehen sich als Konkurrenten Russlands. Russland ist ihnen ein Dorn im Auge. Zitat Ende. In Bezug auf seine Verbindung zu Jonow und dessen Teilnahme als russischer Staatsbürger an Videokonferenzen seiner Partei betonte er, an das FBI gewandt, Sagen sie uns nicht, dass wir keine Freunde haben dürfen, die sie nicht mögen. Das Leitmotiv der African People's Socialist Party lautet nach eigener Darstellung Lasst uns den Kampf der afrikanischen Arbeiterklasse und der unterdrückten Massen gegen die kapitalistisch-kolonialistische Vorherrschaft der USA und alle Erscheinungsformen von Unterdrückung und Ausbeutung, die sich aus dieser Beziehung ergeben, anführen. In einem im Schrifttext verlinkten Interview mit dem öffentlichen Radio St. Louis on the Air räumte Jeschitella auf Nachfrage ein, dass er in der Vergangenheit Russland im Rahmen der Teilnahme an einer Antiglobalisierungskonferenz besucht hatte. Ja, ich war in Russland. Aber ich war auch in Südafrika. Ich war in Ghana. Ich war an verschiedenen anderen Orten in Afrika. Ich war in Nicaragua. Ich war an allen möglichen Orten, an denen sich unterdrückte Menschen organisieren. Der vorliegende Fall sollte die Alarmglocken auch hier im Lande zum Läuten bringen. Mitglieder einer US-amerikanischen sozialistischen Kleinpartei werden strafrechtlich massiv verfolgt. Und es drohen langjährige Haftstrafen, weil ihr Vorsitzender auf einem Kongress in Russland war, sie in Videokonferenzen auch russische Stimmen zu Wort kommen lassen und sich in einem Artikel auf der Partei-Website von 2016 gegen den Boykott Russlands bei den Olympischen Spielen ausgesprochen haben. Der einst zumindestens de jure sehr hoch gehaltene Status der Redefreiheit, der Freedom of Speech, verankert im ersten Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, scheint angesichts dieses Falles, der an die dunkelsten Kapitel der McCarthy-Ära erinnert, nur noch eine leere Hülle. Zitat Vielsagend in diesem Fall ist auch das Schweigen der linksliberalen Medien und Politikvertreter. Darauf macht unter anderem der Investigativjournalist Alex Rubinstein aufmerksam und verweist darauf, dass die einzige prominente Stimme, die sich bisher öffentlich für den angeklagten Afroamerikaner einsetzte, der jüngst von Fox News gefeuerte Star-Moderator Tucker Carlson ist. Am 24. April 2023 postete Alex Rubinstein auf Twitter, ausgerechnet Tucker Carlson von der Heritage Foundation prangert das Justizministerium für seine Verfolgung der African People Socialist Party an. Welche Erklärungen haben die Führer der Demokratischen Partei, die für Black Lives Matter eintreten und die Sprecher der liberalen Medien, zu diesem Thema abgegeben? Wo ist die Truppe? Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast? Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit.